... dass die Welt wieder laufen kann. Es ist nicht ganz einfach. Also Freunde, immer mal einen kleinen Song. Und während wir den für euch singen, sieht man, wie unsere Jungs hier schon ganz fleißig am Werke sind. Die Feierwörter haben meine fünfmal Technikulie sind das ganze Jahr mit uns unterwegs gleich ein bisschen. Und ich gebe mal einen großen Applaus am Tor, Sven Zählung. An mich, Bistow Freige. Benjamin Kumpir. Unser Fuchsauer und natürlich Henne. Gib mal einen schönen Applaus. Und zwar werden wir den jetzt singen für euch. Wir können ja bald ausnahmsweise für die Hüse mal die Augen zumachen. Greift mal neben euch, auch wenn ihr allein gekommen seid. Rutscht zusammen. Manchmal ist es nur die erste Hemmung. Wenn du viel überwunden hast, dann läuft's. Einfach mal rübergreifen und dann bleiben wir. Ja, und der Rest ergibt sich bei der großen Freieplanz. Wir haben auch jeden Tag geladen. So, jetzt haben wir das Song. Wir haben den Wasserquatsch. Plötzlich, der ist ein Buch. Auszünder. 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 Wir sind uns noch nicht ganz eilig. Wir können nämlich das Lied in 8 Tonauten singen. Die Jungs sind nicht noch nicht schlüssig. Da erzähl ich noch mal ein bisschen was. Also, ich kann mich gar nicht spielen. So, Achtung, wir haben das Wetter abgeschlossen hinter mir. Es geht um einen Kasten Freiepläger. Und wer hat erreicht? Und wer hat erreicht? Natürlich ich. So, übrigens, die Crew hat uns nämlich gedäht. Wenn ihr nur eine Nummer seht, dann schaffen wir den Ruf auch nicht. Das war also alles mit Vorsicht. So, jetzt geht's los. Achtung, seid ihr bereit? Au, au, au! Es wird Flower Sinai Es wird storen, es wird in mein Herz Es wird storen, es wird in mein Herz Es wird storen, es wird in mein Herz Musik 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 Das war's, das war's, das war's.